Mein Name ist Martin Ides, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, ich habe zwei Kinder, Jungs, 9 und 5 und ich wohne in Nalldorf und bin jetzt der Trainer von Ansbach B1. Stadtvierer ist immer mein Thema. Ich habe, als ich jung war, viel gelesen und habe auch in der USA-Geschichte studiert und nachdem, dass ich hier als Profi Basketballer fertig war, dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht es weiter, jetzt macht mir das wirklich viel Spaß. Zehn Jahre als Profi zu spielen war schon für mich cool. Zehn verschiedene Länder, ich habe viel gesehen. Ich denke nicht so, ich glaube, sie kennen mich, ich glaube nicht, sie werden mir helfen. Du sollst hier bei dir selbst sein, aber Paul ist auch für sich. Man muss große Träume haben und man muss nicht immer natürlich jeden für die Träume erfüllen, aber träumen muss man schon. Denn ich kann es nicht mehr so, ich werde es nicht mehr so leicht ist. Denn es ist wirklich nicht für mich. Du kannst es nicht mehr so, dass wir ein bisschen mehr so leicht haben, Wir werden jetzt nicht mehr so gut, denn dann auf dem Hausradmener. Vielen Dank.